Es macht riesig Spass mit der so schnell durchzurushen. Und ist noch sehr ergebig. Durch die Schnelligkeit findet man relativ viele Gegenstände. Für 1 Level bin ich 42. Ok, noch 6 Level, dann habe ich die Quantität, dann finde ich mehr Gegenstände. Ok, Quantität ist dein Game. Da muss ich dann einen neuen Bogen haben, weil der keinen roten Sockel hat. Oder ich werde ihn umständlich noch ein bisschen ummodifizieren. Muss ich da mal schauen. Es ist schwer nur einen Sockel zu ändern. Und äh... Ja. Und das ist der Wetter in diesem Spiel. Man kann nicht immer alles sofort haben. Was ist der Wetter? Das ist der Wetter. Es ist der Wetter. Und wir haben es bald geschafft. Ah, hier ist noch einer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass noch einer da ist. Ah, die trompen nichts Gutes. Rede. Genau. Jetzt auch gerade im Let's Show darüber. Ja, ja, das finden alle wieder nicht. Irgendwie schallt nicht das immer runter. Habe ich so das Gefühl. Irgendwie so unsichtbar. Äh, wir schallt nicht rum. Die finden zu viel. Die dürfen nicht zu viel zu finden. Also stellen wir das runter. Und finden gar nichts mehr. Yeah. Na ja. Jetzt ab bis ich über 200 Item Quantity habe und über 500 Item Morality. Dann dropp, dammit. Und das alles mit Kollegen. Dann dropp, dammit. імbsl Mentor. Kling intern. tube. Live monitoring. Video auf YouTube. Ja, schon seit Juni 2.11. Reise dort Drago Basler. Ich nenne nicht mehr den Namen, das ist wichtig. So, nehmen wir mal das Web Permit und gehen dann außerhalb vom Tempel wieder runter. Und ja, dann war es danach schon mit den ersten paar Parts. Ich werde dann immer wieder ein bisschen Progression zeigen, also wie sich der Charakter stärker bringt. Es ist ein Hobby. Bringen tut es nicht so viel. Aber es gibt gute Zuschauer. Mir macht es Spaß. So viele Videos schon hochgeladen. Und ja. Das ist keine Anstrengung für mich mehr. Eigentlich alles relativ gut. Gut. So. Noch ein Life Flask. Das sind die guten, die Koloschel. Von diesem Gebiet. Wir machen diese einzelnen Gegner nerven. Wir machen, wenn eben die Stärke nicht so gut ist. Ja. Da wären wir wieder zusammen. Nachdecken gekommen. Ja. Okay. Kurz hier auch. Mal hier jetzt noch Zaunis. Mal hier. Mal hier. Mal hier. Ah. Das ist ein bisschen liebgetrieben. 30.200 waren der Beste da. Oh, ist der stark. Was ist denn da? Shit. Das sieht auch aus. Jetzt schwäche ich ihn halt auch mal. Schaffen wir ihn? Wahrscheinlich nicht. Ach, lassen wir ihn. Ja, toll. Wie können Spotter auch nicht machen? Gut. Haha. Dämon Tui ist mega stark. Genau. Also, diese Fluch nehmen wir rein. So. Nein, ich will nichts droppen. Und leg noch ein paar Sachen. Die gehen in Truhe. So, ähm, die zwei sind zu wertvoll. Die legen wir hier rein. Und jetzt haben wir schon drei GEM-Kratis Prism. Cool. Das sind die stärksten. Also für mich sind das die stärksten. Weil die GEM-Qualität schon sehr stark. Ich habe leider noch keine Ahnung, die die GEM-Qualität haben. Wir haben ja den gefunden. Irgendwo habe ich es hingetan. Hier ist zum Beispiel Quality plus 60%. Das gibt, äh, 9% Change-Triken als Enemies wahrscheinlich. Ja. Hier ist zum Beispiel 15%. 7% Erhöhte-Frage-Schatten. Ja. Es sind ein paar gute Sachen drin. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dankeschön. Tschüss. Bye-bye.